Was ist denn los, wie der Schuh ist gegangen? Warum? Wenn ich noch Urlaub habe und ich kann mir selber aussuchen, wann ich wieder arbeite oder nicht. Da! Was ist tot? Es ist doch schön, dass ich einen akademischen Beruf gewählt habe. Ich weiß nicht, dass ich einen akademischen Beruf gewählt habe. Nee, für den ist gerade gut. Klamm ist ein Ego. Oh! 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 Jetzt spielen Sie ganz schnell, aber das Gefühl, oder? Sie spielen schneller wie vorhin. Oh! Oh! Ich glaube, jetzt sind Sie erstmal wirklich warm richtig und reingekommen. Oh! Oh! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Dann rutscht du mal dahinter. Dann rutscht du mal dahinter. Dann rutscht du mal dahinter. Wie ist denn da? Ich bin so weit, dass da alles rauskommt. Ich bin schon die Wasserflasche und gehst mal runter und früß mal auf. Ja, genau. Ich bin nicht so Wasserflaschen. Ich bin nicht so Wasserflaschen. Okay! Ich bin nicht so Wasserflaschen. Ich bin nicht so Wasserflaschen. Ich bin nicht so Wasserflaschen. Das war es.